Mein Name ist Noahs und willkommen zu dem nächsten Crafting Video. Heute zerstöre ich außerdem die Eisenfarm von Carscrafter, BastiG AG und er nehme mich fest. Außerdem gucken wir uns das Halloween Event von Hugo an, das war sehr, sehr scheiße. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert sehr gerne. Und außerdem bin ich, wenn ihr das Video sieht, momentan live auf Twitch, kommt sehr gerne rüber, um nichts mehr zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Also wenn du nicht nur 30 Sekunden in der Farm stehst, dann sollte immer wieder einer drin sitzen. Oh, also hätte ich es jetzt länger machen müssen, damit wieder... soll ich dann erst wieder von der... Ist keiner drinnen jetzt? Ich sollte im besten Fall erst wieder gehen, wenn ich, äh, wenn ich, wenn einer hinten drin ist, oder? Hey, Kevin! Ja, mein TNT, ja, ja! Kevin, bei Farm hört der Spaß wirklich auf. Was macht der? Oh, nee, was ist denn hier passiert? Hey, 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 hey! Halt doch! Oh mein Gott! Warum hat Noriax die Eisenfarm kaputt gemacht? Hä, ich? Oh mein Gott! Okay! Nein, nein, nein! Zwei, vier, sechs Zeugen sagen, dass du die Eisenfarm kaputt gemacht hast. Jega Marcel, what the fuck! Ich hab' alle gesehen, es ging mit mir durch. Noriax, komm jetzt hierher! Ja, Papa, bleib! Droppe, droppe mir deine Rüstung! Droppe mir deine Spitzhacken! Ach, nein! Das kannst du... Bleib da jetzt stehen! Was denn, das kannst du nicht tun? Bitte! Bis zum Hugi-Event, da jetzt eingesperrt. Nein! Boah, das ist in eineinhalb Stunden. Egal, bester Content seit lang, endlich! Warum hast du die Eisenfarm kaputt gemacht? Da stand ein Schild, Noriax und Kaufland. Und zu der Deko meines Portals hat Tinti gehört. Ich habe es nicht hochgejagt. Marcel, komm raus! Schnell! Ja, Kevin, Kevin, sag mir hier! Lauf, Kevin! Kevin, renn! Alter, was ein Escape, Jungs! Ich muss weg. Die jagen mich nicht, oder? Jagen die mich? Nein, auf keinen Fall. Ich gehe einfach mit neuer Rüstung rein. Jo, jo, ich bin's, der Thorsten. Ich bin's, der Thorsten. Jo, Thorsten. Ich habe gehört, hier, mein Sohnemann hat sich auf dem Server ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Mist gebaut. Ich will mich mal für meinen Sohn entschuldigen, wa? Heiko, die Eisenfarben, die ersättigt dir, wa? Ja, machen wir dann über, hier, Lastschrift, so, Versicherung, tauschen wir aus, die Nummer war. Ich würde dann einmal die Rüstung von meinem Sohnemann abholen. Ähm, kannst du mir die einmal geben, hier, Basti, G.A.G.? G.A.G., D.A.G.? Äh, bitte, hast du die einmal nochmal? Ähm, ja. Digga, ist es der Dr. Disrespect? Digga, es ist ein 100% DIGGA, HALS! Ey, Leute, Leute, ey, ey. Wir dürfen immerhin nicht reden, Jungs. Sorry, ich habe überlegt, ob ich die Schuhe klaue. Ja, nimm dir, nimm dir. Die Käse, ah, hallo, Merle, Perle. Oh, oh, oh. Nein! Weg ist mir! Mir fehlt die Kopfbedeckung. Hier, warte, ich habe eine für dich. Ey, danke dir! Heiko, ist da viel Eisen drin, Alter? Riecht nach Schwanz! Nein, ich schon. Platzier, wenn du dich traust. Auf, Basti, G.A.G., ich tue's! Rennen, Basti, renn bitte! Bitte, Basti! Digga, den Shitstorm hätte ich nicht überlebt. Den hätte ich nicht tanken können. Merle, kannst du meinen Helm geben? Ich brauche den jetzt schnell. Was für den Helm? Du bist tot, wenn du den Helm nicht gibst. Ich ritte dich aus. Die Leute haben deinen Namen geschrieben. Und die Leute lügen nicht. Also, ich gebe dir jetzt 10 Sekunden, sonst gibst du den ersten Crit. Bitte kannst du mir einfach den Helm geben. Ich gebe dir dafür was Cooles. Eine ganze Dia-Rüstung. Ja, okay. Guck mal, ich bin Papa Platte. Ey, Merle, du! Ey, was geht, Shorty? Kannst du mir den Helm geben? Was ist denn da auf seinem Kopf? Guck mal, also, es gibt so zwei Dinge. Ich bin ein sehr, sehr netter Typ. Und ich habe bis jetzt sehr, sehr vielen Leuten Sachen gefarmen. Und ich gebe den Leuten das, wisst ihr? Aber das, wer mich beklaut, der ist mein Feind. Mein Todfeind, Merle. Was willst du für den scheiß Helm? Hol die ja. Ja. Nice, danke. Top dir, Merle. Danke dir. Aoi, Matron. Mach's ab jetzt. Ey, 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 bitte. Red mal jetzt hier ordentlich. Willst du ein bisschen quatschi? Was, quatschi? Ja, ich würde gerne so ein bisschen reden. Ich habe gestern einen Clip gesehen, dass du gesagt hast, dass ich dich aus dem Twitter-Hole rausgeholt habe. Hat mich gefreut. Fandst du das wirklich gut? Ja. Also, entweder so, das wäre dir todespeinlich so, weil du nicht so gerne mit mir in Verbundenheit gebracht wirst. Oder du freust dich, dachte ich mir. Ich bin am Spawn, keiner da, Digga. Hure, dann will du zu floppen. Digga, ich habe gar nicht so viel gemacht, aber ich habe gar nicht so viel geachtet, Digga. Irgendwas geht's, Spark? Wie geht's dir? Ja, bei mir alles gut. Voll geil und so, wie läuft's so? Ja, wenn die Leute das lesen würden, was ich schreibe, würde es mir noch besser gehen. Meinst du jetzt mich, dass ich da also halt Garnpaule mir sichern wollte, obwohl du geschrieben hast, das geht nicht? Oder was? Also, es geht erst ab Samstag, könnt ihr claimen. Bisschen was überflogen. Und ja, das tut mir nochmal leid, wollte ich mich nochmal entschuldigen. Ja, selbst dran schuld. Wenn ihr nicht lest und dann gebannt werdet, bräuchte euch nicht wundern. Ja, tut so, Spark. Aber werde ich jetzt gebannt, weil ich in die Konfi das reingeschreihe. Also bitte. Bitte bann mich nicht, Spark. Ich war vorhin. Ich bin gleich raus, Jungs, das war's. Das ist der Bann. Nimm mich an der Hand, schnell raus. Loraix, du musst verstehen. Das Regelwerk ist nur so lang, weil es vorher schon mal gebrochen wurde. Samstag, 18 Uhr, könnt ihr eure Ressource schreiben. Wer zuerst hat, kriegt halt. Fertig. Bitte, bitte bann mich nicht. Wegen was denn? Weil ich respektlos war. Ich hab dir widersprochen. Bitte. Nein, alles gut. Hugo, erzähl mal ein paar Side-Facts. Erzähl mal ein paar Side-Facts über das Ganze heute. Wie lange hast du dran gearbeitet? Ich hab dran gearbeitet, zwei Stunden. Boah, das ist krass. Hast du alles alleine gemacht? Ich hab alles alleine gemacht, bis auf, dass Heiko mir Materialien besorgt hat. Deswegen auch. Heiko, klatschen, klatschen! Yeah, Heiko! Heiko ist Mittäter. Wenn irgendwas passiert, ich hab keine Schuld, dann würde ich sagen, wir gehen Richtung Nordwesten. Ey, wirklich geiler Moderator. Bitte, du Schmeißer, das bringt nichts. Man schafft das nicht. Deutsche Elten. Deutsche Elten, ja, ja. Oh, 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 oh. Too soon, too soon, too soon. Elten ist bei dem Nichts Moderator. Oh, ich lieb das. Hört euch aufhören, aufhören zu schlagen, aufhören zu schlagen, aufhören zu schlagen. Aufhören zu schlagen, aufhören zu schlagen. Die hauen Bastige AG. Okay, folgt mir. So, Zweierkumpel, ich stehe neben mir, Fabo. Hallo, wer will mich neben mir gehen? Komm, gehen. Ich Merle, ich Merle, Merle, hallo. Gehen. Jemand hat deine Kisten abgebaut, Hugo. Guck mal, Kevin. Nein, nein, bitte, bitte nicht Kisten abbauen, bitte. Wer wohnt hier? Jeder muss das abbauen, jeder darf ein bisschen abbauen. Abbauen, Leute, baut ab. Dreefing Event, Dreefing Event. Alter, ist hier ein Geheimgang? Wer macht der Meisten der Bänse kaputt? Ach, Max. Hör mal den Boden hässlich, den Boden hässlich machen. Ich bau die Kisten ab, ich bau die Kisten ab, die Kisten werden abgebaut. Ich zent den Wither, ich zent den Wither, ich mach den Wither. So, jetzt, pass auf. Mann, das Event ist scheiße. Alle, Mann, hört doch mal auf. Digga, nein, die mir sagt, dass ich... Ich, 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 ich. Nein, 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 bitte nicht. Nein, wer was macht? Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Stopp, stopp. Der Eberl ist die Gernagentheime, joh. Packt ein, die Eberl ist, packt ein. Die Eberl Blöcken gewinnt am Ende, okay? Romana, die Spiele sind geil. Okay, wir brauchen, wir brauchen einen Freiwilligen, der die Tür aufmachen will. Ich will sie auch machen. Basti zockt. Basti zockt. Ich seh gar nichts, vor mir stehen 40 Leute. Warte, warte, chill, chill, geh, geh mal kurz weg. Ja? Okay, du machst, bei Go machst du die Tür auf. Drei, zwei, eins, go. Oh, Alter, was? Oh, holy shit. Digga. Es geht weiter, es geht weiter, weiter, weiter. Holy shit. Das war echt schlecht. Wir brauchen einen Freiwilligen, der den Knopf drückt mit einem Pfeil. Wer will? Aber ich hab keinen Pfeil. Axel, Axel. Hast du einen Hafebogen? Du musst jetzt versuchen, den Knopf zu treffen mit dem Pfeil. Welcher Knopf? Der Pfeil. Da drinnen, hä? Axel war der Perfekte. Ich bin, ich bin einmal nicht tolerant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schmeckt dich. Wir gehen gleich durch eine Tür. Wir gehen gleich in einen Raum. Wir gehen gleich in einen Raum, es sind sehr viele Knöpfe. Es gibt nur ein Knopf und dann geht das Tor auf. Such den richtigen Knopf. Okay, okay. What the fuck? What the fuck? Unterm Boot hier, Unterm Boot, Unterm Boot. Hey, mach dich. Oh, da ist ein Boot. Will das vielleicht jemand benutzen? Oh, darf ich? Ich glaube, dass du flugst. Oh nein. Nein. Was? Oh mein Gott. Scheiße. Ich raste aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, wir haben noch eine Überraschung. Hey, wir sind doch mit dir. Der Beacon. Hat jemand einen Bogen für mich? Na, was ist das? Aber guck mal, das eine Fude. Hey, Kevin Teller. Ey, ich sag ehrlich, ich schlag einfach in die Menge, ne? Ganz kurz, die Partei, das Event. Geil. Das war richtig. Sehr, sehr geil. Hey, es wird immer noch besser als die Gameshows, die wieder ausrichtet, sag ich ehrlich. Oh ja. Scheiße. Oh, hallo? Moin, was geht? Da kommt meine Stimme in der Aufgewärmung. Deswegen teamen wir mit NoReac. Guck mal, ich box dich. Ja. Und jetzt werde ich geheilt die ganze Zeit. Aber, wenn du regenerierst, dann verlierst du irgendwann Hungerbalken. Und sobald du einen halben Hungerbalken verl- Oh, das macht so Spaß gerade. Sobald du einen halben Hungerbalken verloren hast, regenerierst du nicht mehr. Und wenn du jetzt isst, ist das wie so Healing. Ist das das Training? Bro. Okay. Okay. Komm, komm ran. Wenn du mir zwei Herzen Damage machst, ich geb dir 10 Subs. Mach mir zwei Herzen Damage. Okay. Zwei Herzen. Nein, nein, nein. Du musst das immer machen. Digga, mit WASD läuft man, Bro. Nein. Du wirst das nicht machen, weil du panikst. Du denkst da nicht drüber nach. Du musst das immer, immer dran denken, weißt du? Mach mir zwei Herzen Damage. Komm. Jetzt hast du mir kein neues Herz gezogen. Das ist so kräp. Guck, guck Clip. Also wirklich, das ist... Mein Vater ist für Quellkämpf besser. Das war... Null Herz hast du mir gezogen. Das ist so kräp. Guck den, guck den Clip. 10 Jahre. Was hast du in den 10 Jahren gemacht, Digga? Däumchen gedreht?